Alle möglichen Bastarde kriechen aus ihren Löchern, um dem Dreckschwein die letzte Ehre zu erweisen. Aber mir ist nur einer wichtig. Pauly, wenn's nach mir ginge, würde der Dreckskerl schön langsam krepieren und nach seiner Mutti schreien, während ich ihn Stück für Stück filetiere. Mami, hilf mir, Mami, warum tut der böse Mann mir weh, oh? Du verstehst schon. Lass ihn leiden, Lincoln. Richtig übel. Gut, in Pauly haben wir jetzt als Mission bekommen, machen wir aber später. Grüßt euch, hier ist Mafia 3 und ich nehme euch jetzt mit zum nächsten Einsatz, wo wir uns dann dort sehen werden. Hier sind wir wieder bei der Geldverdien-Aktion. Still den Truck. Muss man da irgendwo mal reinkommen? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche, abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche, abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh, oh, oh. Okay, der geht rein. Diese Dreckskurve. Ich schwör bei Gott, ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Ich hab das Gas des Bodenblech getreten und das Spinn gescheitert. Hier ist doch was faul. Das Leben ist kurz. Deins will. Das hat keiner gesehen. Oh nein. Nicht zweigleich. Wir haben einen verloren, Leute. Alles in Ordnung. Ist er noch hier? Ein Einchenchen war das nicht. Wo bist du hin? Versuchen wir es mal hier. Wo ist er hin? Ja, wo ist er hin? Da ist er. Hier war er nicht. Oh, da ist er am Dach. So, das war's auch schon wieder. Das war das ganze Spektakuläre. Ich bring ihn wieder zur Cassandra. Das heißt, wir sind dort wieder. So, wir sind hier angelangt bei Cassandra und bringen den Truck hier her. Und haben den Job erledigt. Okay, zur Cassandra. Sollen wir auch noch? Machen wir. Okay. Hallo, Linke. Es tut sich einiges in den Straßen. Und das alles wegen dieser Waffen hier. Einer der besten Kunden der Dixies ist unser eigenes Polizeirevier. Wir haben da einen schweren Polizeitruck unter Verschluss. Voll beladen mit Militärwaffen. Genau die Art Waffen, die diese Schweine gegen uns einsetzen. Geh hin und tu das Naheliegende. Dass die immer wollen, dass ich in die Polizei eindringe, Alter. Das ist fast unmöglich, da rauszukommen. Na gut. Ich übernehme einen anderen Transporterauftrag. Wir sehen uns dort. Bis dahin. Ciao. So. Ihr seid wieder live dabei. Okay. Okay. Wenn es da einen gibt, den Truck hier zu paddeln. Oh. Irgendwo muss man ja rein. Oh, das sind echt viele. Oh, das ist da drin. Oh, das ist da drin. Oh, brother. Oh. Ist da irgendwo einer am Dach oder wo ist da einer? Ah, der. Oh, da ist noch einer. Das geht jetzt nicht mehr ganz los. Weil ich brauch die Waffe. Scheiße, das kostet jetzt. Scheiße, ich muss nachladen. Schaut uns diesen Motherfucker vom Hals. Gut, äh, nur noch zwei über. Ach, direkt daneben. Alle Mann in Deckung. So. Hat doch ein bisschen mehr gekostet, als ich gehofft habe. So, ihr seht es, 3,6 Kilometer lange Strecke. Deswegen sind wir uns bei der Niki wieder. Bleibt's dran. Bis gleich. So, Leute. Wir sind jetzt hier gleich wieder bei einem Geschäft von Burke. Da bin ich vorbeigefahren. Ah, da. Sehr gut. Sehr gut. Gut, ich werde jetzt dann eine weitere Transporter-Mission auswählen. Da nehme ich euch dann nicht mit. Ihr seht es wieder dann, wo ich bin. Also bleibt's dran. So, Leute. Ihr seht jetzt hier einen Stunt. Ob er klappt oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt jemand beschleunigen. Hoffen, dass wir gut reinkommen. Dass wir gut reinkommen. Oh, nein! Alter, wo bin ich da jetzt hängen geblieben? Gut, noch einmal. Scheiße, Leute. Oh, da beschleunige ich jetzt nicht so gut. Oh, oh, oh. Scheiße. Da kann man nicht gut jumpen. Na gut, kleiner Ausschnitt des Jumpers. Wir sind jetzt am Zimort. So, wir sind jetzt hier wieder da. In das Boot. Müssen wir steigen. Sind ja eigentlich nur zwei Erhaberer dabei. Die nicht nah genug sind. Scheiße. Na gut, dann müssen wir einen Klassiker machen. Oh, da sitzt noch einer. Wir werden uns der Abbruchstelle bereit machen. Okay. So, Leute. Ladung ist in der Luft. Klar, was uns. Der Fasch ist unterwegs. Holt's euch! So, eingesammelt und einmal geht's noch. Na gut, die zwei Kilometer nehme ich euch jetzt nicht mit mit dem Boot. Wir sehen uns gleich. So, wir sind gleich da. Das Ganze wird jetzt in einen Truck noch umgeladen. Kennt man eh schon. Fahrt zu einem Geschäft. Und bei dem Geschäft werden wir uns dann sehen. So, fertig ist die spannende Mission. Truck ist wieder abgegeben. Jetzt schauen wir noch geschwind. Zu unserer Bar. Dann machen wir mit dem Verkehr. Dann machen wir mit der Karte. Wo wirst du denn? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ah! Sein bester Kunde ist mir selber! Wir können hier viel draus machen, muss nur genug Geld da sein. Sammy sieht da oben richtig gut aus, Baby. Wow, Tante Lil. Du machst wirklich was aus Sammys Bar. Das ist alles dein Verdienst. Du setzt einen Stempel drauf. Oha! Wenn noch ein paar von euch Niggern da drin sind, solltet ihr besser sofort rauskommen. Habt ihr verstanden? Wir werden dieses Drecksloch abwackeln! Dixi-Wichser. Tante Lil, ich möchte, dass du diese Leute nach unten bringst. Ich geh durch die Garage raus und kümmer mich drum. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin ein Fanggamer. Macht das bis dahin gut. Ciao und Baba. Oha!